Einfach zusammenarbeiten weltweit. Mit dem Digital Workplace modernisieren wir den IT-Arbeitsplatz in 23 Porsche Holding Ländern mit Office 365. Und wir wollen dadurch die Qualität der Zusammenarbeit auf ein ganz neues Level heben. Ich bin Projektleiter in der Porsche Informatik und zuständig für den Länderholer des Digital Workplaces. Ich bin der Meinung, dass das Produkt einen enorm großen Mehrwert für den Benutzer hat. Ich habe sehr großen Gestaltungsfreiraum und ich habe die Möglichkeit im internationalen Umfeld zu arbeiten. Gefühlt wachsen wir als Konzern in der Zusammenarbeit noch enger zusammen. Projekte und Ideen, die vorher schwierig zu organisieren waren, kann man jetzt sehr einfach realisieren. Ich glaube, das Produkt ermöglicht uns einen enormen Wettbewerbsvorteil, da wir die Möglichkeit haben, die Qualität und die Effizienz im Arbeitsalltag sowohl national als auch international steigern zu können. Anstatt jedes Land nacheinander zu implementieren und dadurch eine Zeitlinie abzuleiten, haben wir uns direkt ein Enddatum definiert und überlegt, wie viele Ressourcen und Parallelität brauchen wir, damit wir das erreichen können. Wir haben wenig Zeit in Konzepte investiert, sondern sind direkt mit dem ersten Piloten gestartet und konnten das Feedback für die kommenden Länderrollouts super einbinden. Das Schwierigste bisher war sicher, in unserer heftigsten Projektphase zwölf Länder gleichzeitig zu betreuen und dabei den Überblick zu bewahren. Das geht wirklich nur mit einem sehr starken Projektteam. Wir haben uns jetzt gegen Projektende einmal den Spaß gemacht, dass wir unseren aktuellen Umsetzungsplan mit dem ursprünglichen Projektplan verglichen haben, der von vielen damals als unrealistisch angesehen wurde. Und wir sind draufgekommen, dass es gar nicht viel Abweichung gibt und das ist eigentlich das Schönste, was einem Projektleiter passieren kann.